Diese Proteste gestern ... Es ist natürlich nachvollziehbar, dass Leute Unmut haben über das, was jetzt gerade politisch passiert. In dieser sozialen Krise wird sich der Frust auf der Straße sammeln. Trotz der Kälte im Herbst, wird es ein heißer? Es wird auf jeden Fall ein heißer Protestherbst, da würde ich mich fast festlegen. Für den dritten Herbst der Pandemie soll laut Entwurf ein mehrstufiges Schutzkonzept gelten. Zentrales Instrument, die Maske. Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Mit der Maskenpflicht im Freien hat die FDP nicht weniger als die Möglichkeit eines einfachen und schnellen Demonstrationsverbots geschaffen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und wenn die Fälle dann deutlich mehr werden, dann gibt es ja noch diese zweite Stufe, wo die Maske dann sogar draußen verlangt werden kann, wo die Abstände nicht gehalten werden können. I'm so happy with my evil plan. Sehr zufrieden. I'm so happy with my evil plan. Sehr zufrieden.